Hallo zusammen, da bin ich mal wieder, euer Snake Oil Audio und ihr mögt ja meine Serie Wie gut ist eigentlich und da hatte ich doch vor ein paar Tagen erst den Aufruf bekommen, dann mach doch mal, wie gut ist eigentlich Wilson Audio und na klar, ich meine, ich spreche ständig über Wilson, benutze die ständig als Beispiel für alles mögliche, macht ja nur Sinn, da auch mal, wie gut ist eigentlich Wilson Audio Video zu machen und das tue ich dann hiermit auch. Okay, so, fangen wir vorne an. Also Wilson Audio ist ja heute so ein bisschen der Inbegriff für High-End-Lautsprecher. Ich finde, Wilson Audio steht für diese Klasse so ein bisschen wie Tempo fürs Papiertaschentuch. Und das ist auch der Grund, warum ich die ständig benenne und sage, ja, hier verglichen mit einer Wilson und eine Wilson macht dies und das und so weiter. Die sind einfach zu so einem Synonym geworden für High-End. Und ich mach das nicht, weil ich die irgendwie bashen will oder weil ich die jetzt irgendwie der totale Fanboy bin oder wie auch immer, sondern einfach nur, die sind so prominent. Es gibt halt einfach kaum eine Messe, wo nicht mindestens ein paar Wilsons rumsteht. Meistens stehen mehrere rum in verschiedenen Räumen bei verschiedenen Herstellern, die wiederum diese Lautsprecher auch als Referenz-Lautsprecher benutzen, um dann ihre Elektronik fortzuführen und so weiter. Und das ist ja auch alles erstmal gut und schön. Aber wie gut ist der Kram? Also ist es wirklich so gut? Ist es die Firma, die so über allem schwebt? Ist es eine ganz eigene Kategorie von Lautsprechern? Ja, schon. Schon. Muss man bei aller Fairness sagen, ja, Wilson ist eine eigene Kategorie von Lautsprechern. Das meine ich jetzt tatsächlich allerdings weder positiv noch negativ, sondern die sind halt, die haben einen Signature-Sound, die haben vor allen Dingen eine Signature-Machart. Und Wilson war halt einfach Vorreiter für eine ganze Reihe Sachen. Wenn er es auch nicht erfunden hat teilweise, aber Wilson hat halt viele Sachen einfach in so einem Massenmarkt. Naja, inwieweit kann man bei einem Massenmarkt von einem 100.000-Euro-Lautsprecher sprechen? Das ist natürlich ein schwieriger Begriff in dem Zusammenhang. Aber das sind sozusagen, Wilson hat viele Sachen nach vorne getrieben, die dann von anderen Firmen kopiert worden sind, aufgenommen worden sind und so weiter. Ich weiß nicht, was der alles wirklich erfunden hat, wo er tatsächlich der allererste war, der es gebaut hat. Aber das ist so ein bisschen wie, ich sage es mal, Tesla und das Elektroauto. Tesla, also Elon Musk sowieso nicht, aber Tesla hat das Elektroauto nicht erfunden. Aber sie haben sozusagen einer breiten Masse zugänglich gemacht und gezeigt, hier so kann man es bauen. Und genau das trifft bei Wilson auf ganz viele Sachen zu, die die Firma so in ihrer Laufbahn gemacht hat. Aber man muss diese Firma für mich und in meinem Verständnis in zwei Teile teilen. Und zwar in die Zeit, wo der Gründer Dave Wilson, Senior, ich nenne ihn jetzt mal Senior, weil sein Sohn heißt genauso. Der hat sogar den gleichen Mittelnamen. Wo der Gründer Dave Wilson die Firma geführt hat, wo er Lautsprecher entwickelt hat, wie er die Firma gestartet hat und so weiter. Und dann nach seinem Tod sein Sohn, der dann übernommen hat und weitergemacht hat mit der Firma seines Vaters. Und es sind für mein Empfinden schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und meines Erachtens auch sehr deutlich unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich würde gerne mal mit dem Gründer anfangen. Dave Wilson ist halt einfach ein total verrückter Spinner gewesen. Also ich finde, man kann es besser auch überhaupt nicht beschreiben. Der Typ ist zwar in Kalifornien, glaube ich, ist der geboren. Der ist dann aber als Kind schon nach Iowa oder so. Also ich kann mich vertun in irgendeiner anderen Stadt. Aber jedenfalls ans Ende der Welt gezogen. Nennen wir es mal so, weil ich glaube, das trifft er ziemlich gut. So einfach ins absolute Nichts ist der gezogen. Und jetzt stellt euch das vor, da sitzt so ein Typ irgendwo auf dem Land, jenseits von Gut und Böse. Und der hat jetzt plötzlich die Idee, komm, lass uns nochmal einen 100.000 Euro Lautsprecher bauen. Ja, den kennt noch keiner. Ja, niemanden, Wilson Audio ist noch überhaupt kein Begriff. Der ist auch in einem Umfeld, wo er so etwas definitiv überhaupt nicht verkaufen kann. Der ist gelernter, ich glaube, Zoologe ist der und Chemiker. Zoologe und Biologe. Ich meine Chemiker, Zoologe, Chemiker. Nagelt mich nicht fest, ich glaube, das ist aber so. Also auch jemand, der mit Technik und mit Lautsprechern so hat, hat ja nichts zu tun. Überhaupt nichts. Der ist zu dem Zeitpunkt einfach nur irgendein Bastelbruder, der sagt, HiFi finde ich gut, lass mal einen Lautsprecher bauen. Genau so muss man sich den vorstellen. In aller Liebe. Ja, also ich sage das nicht, um den lächerlich zu machen oder mich darüber. Aber ich finde einfach, es zeigt so einen gewissen Level an Verrücktheit von den Typen. So, und jetzt ist die Idee für seinen Lautsprecher. Wie kann ich einen Lautsprecher so bauen, dass jede Ehefrau mal komplett ausrastet? Und die Antwort ist natürlich relativ einfach. Man baut halt einfach einen riesen Trümmer von Lautsprecher, der mal von Haus aus zwei Meter hoch ist. Aber, da wäre die Ehefrau ja wahrscheinlich nur Pott sauer. Aber würde noch nicht komplett ausrasten. Also ist jetzt die Idee, ich stelle noch mal so einen zweiten Trümmer direkt daneben. Dass man da direkt mal vier so Ottos im Wohnzimmer stehen hat. Okay. Ich finde einfach, das zeigt von vornherein, wie wie ultimativ der an die Sache rangegangen ist. Dem war einfach völlig egal. Ist das ist das irgendwie alltagstauglich? Ist das irgendwie vermarktbar? Das hat den alles ganz offensichtlich null interessiert. Er hat einfach einen Lautsprecher so gebaut, wie er gedacht hat. So müsste das sein. So, und die die Herangehensweise, die er da an den Tag gelegt hat, die ist halt auch, nennen wir es mal zumindest, sehr amerikanisch. Also, die Idee ist einfach, oder seine Idee war einfach zu sagen, ich nehme einfach in jedem Bereich, Mittelton, Hochton, Bassbereich und so weiter, dann nehme ich einfach Chassis, die so den Ruf haben, die besten zu sein, die es gibt. Und dann packe ich die zusammen in eine Kiste, das muss ja irgendwie funktionieren. Das ist natürlich so eine total naive Vorstellung. Die funktioniert auch kein bisschen. Also, die funktionieren einfach überhaupt nicht. Ich habe das erste große Ding von ihm nie gehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, das klingt total daneben. Ich glaube, das klingt mit Sicherheit brutal spektakulär. Davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube, ein qualitativ hochwertiger, ausgewogener Lautsprecher ist das gar nicht. Ich gebe euch ein Beispiel. Da sitzen zwei von diesen Käfbässen drin. Die waren halt irgendwann in den 80ern echt populär, weil die sind schwer wie Blei. Und das meine ich auch genauso. Die sind schwer wie Blei. Und haben so ein Ultralabbel-QT. Also, die haben null Antrieb dahinter. Die Aufhängung ist total wabbelsoft. Die machen irgendwie einen Meter Hub und bleischwere Membranen. Also, da kommen so alle Dinger zusammen, die man kein bisschen haben möchte. Hat aber natürlich den Vorteil, dass das Ding abgrundtief weit runter spielt. und in einem verhältnismäßig kleinen Gehäuse funktioniert. Und deswegen haben viele damals gesagt, ja boah, dieser Käfbass, das ist der totale Hammer. Überlegt euch, 80er, wir hatten unmittelbar vorher, hatten wir halt noch irgendwelche relativ leichten Pappmembranen, auch relativ groß. Ja, ich sag jetzt mal, wenn ihr so ein 38er Alltech hört, das ist ein Riesentrümmer von Chassis, das braucht ein Riesengehäuse. Und Bass macht der aber am Ende trotzdem nicht. Ja, so, also der macht schon Bass, aber der richtig tief in den Keller runter kann der nicht, der ist zwar immer schnell, der hat immer Attacke, der ist super, ja klar, aber Tiefbass ist da eher Fehlanzeige. So, und dann hört man so einen Käf im Vergleich und sagt, boah, der spielt ja mal locker eine Oktave tiefer runter als ein 38er. Wahnsinn. Und dann geht der in einem Gehäuse, das ist ein bisschen größer als ein Hamsterkäfig. Geil, das will ich. Ja, so, aber das ist halt ein Chassis. Naja, das hat halt gar keine Dynamik. Also wirklich so überhaupt gar nicht. Also, null. Das kann halt nur tief, das kann halt rumkrollern. Mehr kann das nicht. Der hat so große Kirchenorgel. Kann das. Bassdrum, Schlagzeug, kann das überhaupt nicht. So, die Abteilung. So, und jetzt macht er dann darüber so ein Bändchen gedönst. Ja, was das krasse Gegenteil ist. Das ist brutal schnell. Das spielt total luftig, leicht, zizzle, zizzle, zizzle. Auch spektakulär. Ja, spektakulär auf seine Art. Aber einfach eine völlig andere Baustelle. Das geht einfach gar nicht zusammen. Das ist einfach von vornherein klar, keine Chance. Das ist ein Lautsprecher, da sitzt man davor, da klappt einem die Kinnlade runter und man sagt, wow. Und wenn man das drei Tage am Stück gehört hat, sagt man, ja, Ebay. Das Ding muss auf Ebay. Da wird das noch ein zweites Leben feiern, aber bei mir eher nicht. so. Aber er zeigt einfach, ich finde, es spricht halt einfach über David Wilson Bände. Ja, wie der Typ so tickt. Keine Kompromisse, gute Bauteile oder sehr gute Bauteile, ultimatives Zeugs zusammen in ein Ding. Und dann hat er sozusagen eine Idee gehabt, die hat er mit Sicherheit nicht als erster gehabt. Aber das ist eine gute Idee und das gab es so auch zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich spreche immer noch von seinem urersten Lautsprecher. Die Idee war, ich mache die Chassis, ich mache die verstellbar. Also in der Position, in der räumlichen Position, damit ich mir den Lautsprecher so ausrichten kann auf meinen Hörplatz, dass die Schallwellen auch tatsächlich alle gleichzeitig bei mir ankommen, an meinem Ohr. Und wer sowas mal gemacht hat, also wer einen Lautsprecher tatsächlich mal aus zwei oder drei Teilen gebaut hat, wo jedes Chassis in einer eigenen Kiste war, was man so ein bisschen hin und her schieben kann und so weiter, der weiß sofort, was für einen Rieseneffekt das hat. Das ist unglaublich. Also ich sage es mal, ein Hochtöner in einem Bereich von einem Zentimeter zu verschieben, hört man volles Knie am Hörplatz. Das hat richtig einen Effekt, das ist jetzt keine Kleinigkeit. So und das hat er halt in einem kommerziell, ich mache jetzt gerade große Anführungsstriche in die Luft, in einem kommerziellen Lautsprecher als einer der Ersten relativ konsequent umgesetzt, diese Idee. Alles halt modular, jedes Chassis sitzt sozusagen in einem eigenen Gehäuse, die sind gegeneinander verstellbar und so weiter und so fort. Gute Idee. Total klasse erst mal. Und es ist ja eine Idee, die sich bei Wilson bis heute auch gehalten hat. Also wenn ich mir heute die größten Modelle von Wilson angucke und mittlerweile ja auch sogar bei den mittleren Modellen, ja da kann ich genau die Position der Chassis gegeneinander verschieben. Ja, ja, weil es wichtig ist, weil es gut ist, weil es sich sehr positiv bemerkbar macht. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, schon ganz am Anfang, wo der halt wirklich für sein Wohnzimmer einen Lautsprecher gebaut hat, um seine Frau zu nerven und wo noch nicht absehbar war, ob der überhaupt ein Stück davon verkaufen wird. cooler, verrückter Typ. So, und jetzt, wahrscheinlich hat ihm jeder gesagt, ja, spielt cool, aber wo soll ich das hinstellen? Also, ich baue da nicht meine Garage zum Hörraum um und ins Wohnzimmer kann ich das nicht stellen, dann kriege ich sofort die rote Karte, geht nicht. So, und jetzt kommt sein aller, allergrößter Wurf, den er je gelandet hat. Er baut das krasse Gegenteil. Und zwar baut er einen Lautsprecher, der so klein und so zierlich und so kompakt ist und so ein super hochwertiges tolles Finish hat, dass einfach keine Frau mehr wirklich ernsthaft meckern kann. Wir reden aber immer noch über einen absoluten High-End Lautsprecher und High-End ist jetzt sozusagen auf den Preis bezogen. Ja, das Ding ist richtig brüllend teuer. Also, wir reden hier über einen Lautsprecher, der hier in Deutschland 40.000 D-Mark gekostet hat. In Amerika war der eine Ecke billiger, da hat der glaube ich 13.000, 14.000 Dollar gekostet. Aber damals war der Dollar ja auch noch ein bisschen was wert und dann war halt auch in Amerika schon absolut nicht billig. und dann in Deutschland halt so als 40.000 war der damals einfach ein verrückter Preis. Und wenn man 40.000 hört, ich sag mal in so einer Preisklasse hat man große Teals gekriegt. Teals gibt es leider nicht mehr die Firma. Auch ein fantastischer Lautsprecher. Für 40.000 hat man bei Teal einen Lautsprecher kriegt, der war zwei Meter groß. Oder Duntag war auch zwei Meter Trümmer in so einer Preisklasse. Epogee in der Preisklasse zwei Meter Trümmer. Das war völlig normal. Wenn man einen der wenigen Lautsprecher überhaupt in so einer Preisklasse in Erwägung gezogen hat, waren immer Apparate. Echte Apparate. Und jetzt kommt er daher mit einem Lautsprecher, der ist ein Zwerg, der ist einen Meter hoch. Der hat richtig zierliche kompakte Abmessungen und da steht trotzdem so ein Preis dran. So, das heißt, der muss jetzt potenziell schön hin oder her, jetzt entscheidet sich, ist das die Abteilung Bang & Olufsen aus Amerika oder ist das ernstzunehmendes Hi-Fi? Kann er sich mit den großen Lautsprechern der damaligen Zeit, ich sag mal mit den ultimativen Lautsprechern der damaligen Zeit, denn ich sag mal so 100.000 Euro oder 100.000 D-Mark Dinger damals, die gab es nicht wirklich, also die gab es in der Theorie, die sind mal in der Hi-Fi Zeitung aufgetaucht, aber die haben in keinem Laden gestanden, Hi-Fi Händler, die so richtig haben krachen lassen, zur damaligen Zeit, da war also 40.000, das war schon eine Kategorie, wo alle geschluchzt haben, also das war schon so ziemlich das Ende der Fahnenstange. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht irgendwo in Europa auch einen Händler gegeben hat, der was für 200.000 hatte, ein Jahr gab es, also ich sag mal Audioforum in Duisburg zum Beispiel, die hatten auch damals schon die Riesenhorn-Systeme, ich meine die haben damals 200.000 gekostet, Hans Obels hat auch so Ultra-High-End-Kram verkauft, Goldmund und so war auch, aber das war jetzt einfach eigentlich hat man so was nicht gesehen, also das war dann schon von einem völlig anderen Planeten und wie gesagt 40.000 Ultra-High-End, schon wirklich ganz weit weg von allem. So, wie gesagt, und er kommt jetzt mit seinem Zwergenapparat an und die Frage ist, ist das ein Design-Objekt, ist das schöner Wohnen oder ist das schöner Hören? Das ist die Frage, die sich stellt. So, und er gibt halt den Lautsprecher zu einer Testzeitung und auf der Wilson-Seite ist der alte Test noch zu lesen aus Stereo-File. Also amerikanisches Hi-Fi-Magazin wird weltweit gelesen wird. Ich meine, der wäre aber auch in der Absolute Sound gewesen. Das Gegenstück war auch Weltruf, Weltreputation und ich meine, ich kann mich da jetzt vertun und ich verwechsel das irgendwie, aber ich meine, der Stereo-File-Artikel war schon so Aubacke. Aubacke. Wie spielt das denn? Was? Wow. So war der Stereo-File-Artikel. Und ich meine, der Absolute Sound, der war dann komplettes ausrasten. Also wirklich so, Alter, das habe ich ja noch nie gehört, das kann ja überhaupt nicht sein. Was? Was geht denn hier ab? Was hat der denn da gebaut? Ach, du Scheiße. So. So ein Artikel. Also von einer wirklichen Autorität in einer Zeitung, die weltweit extrem viele Leute lesen, nicht nur für ein amerikanisches Publikum. Und da steht jetzt ein Artikel drin, der sagt, das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Da hat irgendeiner den Lautsprecherbau komplett neu erfunden. Also das ist der Tenor. Das stand da jetzt nicht so wörtlich drin, aber das war so der rote Faden, der sich da durchgezogen hat. Und auch in allen Extremen beschrieben. Also es ist egal, was ich für eine Musik höre, ob ich da Pop drauf höre, ob ich Jazz drauf höre, ob ich Klassiker höre, egal. Das ist das ultimative Ding. Das kann einfach alles. Das ist der Lautsprecher ohne Nachteile. Das ist der Lautsprecher, der alle aus den Socken haut. Das war so die Meinung. Und von da aus, ich meine, das ist natürlich schon mal richtig Rückenwind für einen Entwickler, der bislang nur einen einzigen Monster-Lautsprecher gebaut hat, den eigentlich im Grunde genommen überhaupt gar keiner kennt, außer als komplett splieniger Typ am Ende der Welt. Und der kriegt jetzt in den großen HiFi-Zeitschriften so einen Test. Das heißt, weltweit kriegen alle spitze Ohren. Und der Lautsprecher macht dann auch seinen Weg über die Welt. Also, nach Deutschland, nach Japan, nach Frankreich, Überall. Und überall, wo der bei irgendeiner Test-Zeitschrift auftaucht, sind die Tests genau so. Dass jeder, der den hört, sagt, das kann gar nicht sein. Das geht nicht. Wieso macht der da einen Sound möglich, den wir noch nicht mal von zwei Meter Trümmern kriegen? Das ist Wahnsinn. Das ist kompletter Wahnsinn, was da geht. So, ihr könnt euch vorstellen, weltweites Presse-Feedback, nicht eine negative Stimme. Jeder, der den testet, jeder, der den hört, sagt, wow, auch bei den Händlern ist das Feedback so. Also, die ersten Händler kaufen sich dann diesen Lautsprecher und stellen ihn hin. Ich weiß, der erste in Deutschland war halt Lifelike in München. Das sind auch so Jungs, die es halt immer richtig krachen lassen und wissen wollen. Wo die Grenzen sind. So, und ich erinnere mich halt wirklich, wie am ersten Tag, ich komme bei Lifelike rein und der Laden ist zweigeteilt. Die haben unten im Keller quasi den großen, richtigen, mega, ultra abgefahren Hörraum und oben und oben in der oberen Etage ist so das Zeug für Hartz-IV-Empfänger heißt so Burmeister und so ein Kram. Alles, was man so unter 100.000 kriegt, ist oben. Für Leute, die halt nicht so gut bestückt sind und dann im Keller war dann das richtig fette Zeug. Und dann war so ich komme da halt so rein Ja, wir haben hier einen schönen Lautsprecher, den musst du dir mal anhören. So, und dann steht da so eine Wilson und hinten in dem Raum in der Ecke steht so große Apogees und Teals und so ein Kram, wo ich gerade von gesprochen habe. Und vorne steht dieser Zwerg. Und ich so, das Ding echt? Ja, okay, hör auf. Was ist denn da drin? Ein paar Dünn-Audio-Bässe? Aha. Mach mal an, Fokal-Kalotte, kennt man ja irgendwie auch. Okay, Scan-Speak-Mitteltöner, ist gut, gutes Zeug. Mit den Dünn-Audio-Bässen bin ich mal ein bisschen gespannt, aber ja, werf mal an. Und die machen den an und ich sitze da genauso vor wie die Tester, die den das erste Mal gehört haben. Ich sitze da vor und denke, das kann nicht sein. Wie geht das? Der spielt in einer Größe, der spielt in einer Geschwindigkeit, der spielt mit einer tonalen Balance, der macht einen Bass, der Lautsprecher ist so richtig aus einem Guss, so richtig, tonal unglaublich schön gebalanced, so richtig klasse, der ist auflösend wie Hacke, der ist dynamisch, der kann einfach alles, der kann einfach alles. das absolut abgefahrenste an dem Ding und das hatte ich so noch nie gehört und auch danach nie wieder gehört bei irgendeinem Lautsprecher, der macht eine räumliche Abbildung, das ist von einem ganz anderen Planeten, also wirklich von einem komplett anderen Planeten, also jeder, der erzählt, hier Punkt Schaltquelle ist ganz toll und so, ja, ja, Punkt Schaltquellen sind gut, keine Frage, da braucht man nicht diskutieren, Punkt Schaltquellen sind gut und die machen eine tolle Räumlichkeit, ja, ja, machen sie, aber stell mal eine Wilson daneben, dann denkst du, du hast Kofferradio, dann denkst du, du hast Mono, im Vergleich zu der Räumlichkeit, die so eine Wilson macht, das ist, boah, aber so richtig, so richtig, so kann gar nicht sein, das, jeder, spricht davon, ja, ich hab dann den, den Musiker, den Sänger, da irgendwie plastisch vor mir steht, erzählen tut das jeder, ja, ja, das stimmt auch in gewissen Maßen, aber wenn man eine Wilson gehört hat, dann, äh, kriegt halt eine neue Dimension, sagen wir mal so, Wahnsinn, wie gesagt, hab ich von keinem anderen Lautsprecher danach je wieder so, auf so einem Niveau gehört, ich hab eine Menge Lautsprecher gehört, die eine schöne Räumlichkeit machen, versteht das nicht falsch, aber, das ist abartig, der Apparat kann, ist wirklich so, kann ich, kann ich, da sitzt man wirklich nur kopfschüttelnd davor und der Verkäufer von Lifeline steht neben mir und hat ein Grinsen wie ein Honigkuchen fährt, von einem Wort zu machen, so, na, was sagst du, das ist nicht schlecht, oder? Ja, puh, da geht so, kann man gelten lassen, holla die Waldfee, wie gesagt, absolut ultimatives Ding, so, der Lautsprecher, von dem ich spreche, die meisten werden es wahrscheinlich schon wissen, ist die What and Puppy, What and Puppy, zweigeteilter Lautsprecher, oben Mittelhochton-Teil und dann unten drunter steht ein Subwoofer. Man sieht im ersten Moment nicht, dass das ein zweigeteilter Lautsprecher ist, weil das perfekt aufeinander passt und so weiter, so, aber effektiv sind das irgendwie zwei Teile. Der Plan war irgendwann mal das obere Teil auch separat verkaufen und nutzen zu können, aber das hat nicht wirklich Bass gemacht und so und das war es dann irgendwie nicht, also in der Kombination Wahnsinn, alleine nicht so. So, und aber ich habe gerade schon erzählt, so der, der, Dave Wilson, der hatte halt wirklich so eine, so eine Selbstbauer-Mentalität, also nicht nur Mentalität, der war einfach ein ganz normaler Selbstbau-Heini, also so wie wir das auch sind. Ja, lass mal ein paar Chassis zusammen löten und mal gucken, was da rauskommt, so ein Typ. So, und dieser Gedanke, den er schon bei seinem ersten Lautsprecher hatte, nee, ich nehme einfach die besten Chassis in der jeweiligen Kategorie, dann muss da ja was Vernünftiges bei rauskommen. Bei seinem ersten Lautsprecher hat das nicht so ganz geklappt. Und bei der What'n'Papi hat er halt wirklich die Fehler, die im ersten waren, nämlich Chassis zu kombinieren, die vom ganzen Dynamikverhalten und so weiter überhaupt nicht zusammenpassen. Den Fehler hat er in der What'n'Papi korrigiert und den hat er sensationell klasse korrigiert. Er hat halt die Fokal-Inverse-Kalotte genommen, die wir ja immer Kalotte nennen, die aber ja keine Kalotte in Wirklichkeit ist. In Wirklichkeit ist das ein kleiner Konus- Hochtöner. So, dann hat er dazu halt ein Seas Papier, einen lauten Papier-Mitteltöner genau, 17 cm. Das ist so ziemlich der beste 17er. Ich würde sagen, der beste 17er, den es bis heute gibt. Also, als Mitteltöner, kein Tiefmitteltöner. Das ist jetzt nicht für eine Zwei-Wege-Konstruktion, aber als Mitteltöner ist der schon holler. die Waldfee. Also, ich meine, da steht auch ein Monsterpreis dran. Das Chassis, also aus der ersten Serie, das Chassis gibt es nicht mehr, aber aus der zweiten Serie, das Chassis kann man auch ganz normal kaufen bei, bei, ich sehe, Scanspeak. Da steht ein Monsterpreis dran. Ich meine, 450 Euro oder so kostet Chassis eins. Aber das ist auch wirklich, das ist exzellent gemacht. Das ist wirklich so, klasse. Das guckt man sich an und sagt, jo, so muss es sein. So, und die Dünnaudio-Bässe, ich meine, ich mache ja keinen Hehl draus, ich bin kein Dünnaudio-Freund, aber die 20er-Bässe, die in der Wilson verbaut sind, die sind schon auch lecker, muss man ganz klar sagen. Also, so Dünnaudio hat ja dann auch irgendwie in verschiedenen Arten ihre Chassis gebaut. Das sind dann auch eher die, die richtig Pfeffer vom Antrieb her haben und dann direkt zwei zusammen davon und so weiter und dann auch nicht in so einem Vario-Vent gerödel, sondern halt vernünftig Bassreflex und gib ihm, ja, das, ja, das ist schon gut. Also muss man sagen, das, ja, definitiv. Und das kann halt abgrundtief runter und das kann halt auch untenrum noch ein bisschen Attacke, jetzt nicht wie ein 38er, die Attacke hat halt nicht, aber das hat immer noch richtig gute Attacke. Und das hat halt ja auch, ich sag mal, 220er, das ist ja auch ein bisschen, ein bisschen Membranfläche ist dann ja doch. Und, ähm, einfach Traum-Chassis. So. Das kann ja bis dahin jeder. Also jetzt einfach mal drei gute Chassis aus dem Katalog zu, zu suchen und die zu kombinieren, klar, das ist das, was jeder Selbstbauer macht. Aber Dave Wilson ist dann halt einfach noch einen Schritt weitergegangen. Er hat dieses Konzept von, die Chassis müssen im Timing richtig zueinander stehen. Ich kann die nicht alle einfach in eine gerade Frontplatte reinballern und dann erwarten, dass der Timing funktioniert, weil du das nicht. Die Schwingspulen sitzen auf völlig unterschiedlichen Ebenen und entsprechend kommt da nie der Zeit gleich bei mir an. Also hat er das schon mal direkt in diesem Gehäuse adressiert. die typisch abgeschrägte Frontwand mit den nach hinten versetzten Chassis. Dann ist das nächste Ding, dass Wilson halt gesagt hat, naja, die meisten Gehäuse bimmeln halt vor sich hin. Und da würdet ihr halt sagen, wovon redet der? Wenn ich meine Lautsprecher höre, da bimmelt nichts am Gehäuse. Ich höre da nichts. Ne, klar, das hört man auch so erstmal nicht. Aber ich schwöre euch, eure Lautsprecher Gehäuse bimmeln und zwar nicht zu knapp. Das fällt in dem Moment auf, wo man sowas wie eine Wilson hört. Denn da ist das Gehäuse einfach totenstill. Das Gehäuse ist komplett aus Korean gebaut. Das ist halt dieses Kunststein Verbundstoff Heckmeck, wo man so Küchenarbeitsplatten draus macht. ist halt so ein Kunststein. Und das ist bolleschwer, also so richtig bolleschwer und das resoniert halt eigentlich überhaupt nicht. So, und wenn ihr euren Lautsprecher, egal was ihr für einen Lautsprecher habt, wenn das Ding irgendwie aus Holz gebaut ist und ihr hört euren Lautsprecher gegen den Wilson, dann fällt sofort auf, ich höre nur noch Chassis. Die Gehäuse sind ja total still. Also das, was so normalerweise in den Raum imitiert wird. Jetzt fällt mir erstmal auf, wie still so ein Gehäuse sein kann. Wahnsinn. Ja, und auch damit hat er ja wirklich eine ganze Generation Lautsprecherbauer inspiriert, darf man nicht vergessen. Ich sage mal, guckt euch diese ganzen Aluminium-Gehäuse und so weiter an. Woher kommt denn das? Ja, das ist alles davon inspiriert, weil natürlich die Leute alle irgendwann geschnallt haben, jeder, der so eine Wilson gehört hat. Ja, das Gehäuse ist einfach still, das macht einfach keinen Mucks. Das ist super, das macht einfach keinen Mucks. Ich höre nur das, was wirklich spielen soll, nämlich die Chassis. Und sonst nichts. Und jetzt höre ich wieder meinen Lautsprecher aus Holz und ich höre, ja, das strahlt in alle Richtungen ab. Das Gehäuse rappelt, das macht Sound. Macht die Wilson nicht. Super, das ist simple Sachen, aber man muss einfach erst mal drauf kommen. Wie viele Leute haben versucht, Lautsprecher aus Beton zu bauen, das funktioniert überhaupt nicht, weil wenn Beton einmal anfängt zu schwingen, dann ist es halt vorbei. Dann hört das halt auch nicht mehr auf zu schwingen. und kann man in einem Lautsprecher komplett vergessen. Aber dieses Korean-Zeugs, das kriegt man nicht in Schwingung. Also einfach überhaupt nicht, gar nicht. So, und das nächste Ding ist halt einfach auch durch dieses Gewicht dieses Gehäuses ist einfach auch die Dynamik der Chassis nochmal eine völlig andere, als wenn man die, ich sage mal in irgendein Standard 0815 MDF Ding reinpackt. Das macht nicht die Dynamik, die so ein Korean-Gehäuse macht. Einfach nicht. Einfach schlicht und ergreifend nicht. Das Zeug ist so monster schwer. Also dieses kleine Top-Teil, wenn man da, also das hat ja die Größe von einem typischen kleinen, relativ kleinen Regallautsprecher. Wenn man das alleine trägt, da kriegt man einen richtig roten Kopf, also richtig roten Kopf. Und den Bass-Teiler mit den 220ern, da trägt man alleine nicht mehr. Das ist vorbei. Zwei Leute tragen das und die haben dann beide einen roten Kopf. Das ist richtig schwer. Und entsprechend kommen die Lautsprecher auch nicht im Pappkarton. Das geht gar nicht. Die kommen in richtigen Holz über Seekisten und so, werden die verschickt per Spedition und so, weil das geht gar nicht anders. Aber jedenfalls durch dieses schwere Gehäuse kommt einfach die Dynamik und auch die Feindynamik der Chassis einfach nochmal völlig anders zur Geltung. Ganz anders. So, dann hat Wilson sich natürlich nicht in die Karten gucken lassen und hat da direkt ein Geheimnis draus gemacht, wie mache ich denn meine Frequenzweichen? Die hat er von vornherein vergossen. Natürlich ist die offizielle Begründung, ja, klingt halt besser. Natürlich, wo er auch recht hat, wenn die Frequenzweiche nicht durchgerappelt wird, dann, klar, klingt sie dann besser. Aber ich glaube nicht, dass das sein ursächlicher Grund war, sondern der wollte einfach auch nicht, dass man ihm da auf die Finger guckt. Ich habe die Frequenzweiche aus meiner nie rausgerissen und mal separat durchgemessen, um zu sagen, wie hat er sie gebaut. Ich habe da so die eine oder andere Vermutung, was er da gemacht hat. Zum Beispiel beim Hochtöner glaube ich, aber das Glauben und nicht wissen, ich in meinem Vorspann dieses Onkengehäuse mit dem Osterei oben drauf. Ich glaube die Weiche von dem Hochtöner hat er genommen, weil der klingt genau so. Man kennt ja diesen Fokal Hochtöner immer, dass der oben so ein bisschen nagelt und nervig ist und so weiter. Und dann ist der in der Wilson kein bisschen, also überhaupt nicht, null. Dann ist der aber in diesem Ei mit dem Onkengehäuse auch nicht. Das klingt so ähnlich. Ich würde sagen, da weiß ich glaube ich, wo er abgeguckt hat. Aber wie auch immer, es ist ja nichts schlechtes dran. Und wie gesagt, am Ende todsicher kann ich es nicht sagen, weil das Ding ist vergossen. Keiner weiß es. Ja, so, das ist das legendäre Wilson Audio Ding. Und nochmal, der Typ ist einfach Lautsprecher Selbstbauer. Der hatte halt nur, der hat halt nur keinen roten Kopf gekriegt, auch den Preis an Lautsprecher dran zu tackern, den er dann halt haben muss, für so eine aufwendige Bauweise. Und der hatte halt keine Angst, einfach von vornherein ultimatives teures Zeugs zu bauen. Die meisten, siehe Monitor One, fangen ja so an, dass man erst mal sagt, wir bauen mal dich und will das denn einer. Und Wilson ist halt so nicht drauf gewesen. Er hat halt direkt gesagt, alles was geht, Herr Kaloi, entweder die Leute kaufen das oder halt nicht, ist mir auch egal. Bang, frisst oder stirbt. So, aber mit dem Selbstbauer, worauf ich hinaus will, ist, die Chassis waren halt mehr oder weniger aus dem Katalog. Zum Beispiel bei den Hochtönern da weiß ich es halt, weil ich habe sie halt in der Fabrik liegen sehen. Das waren ganz stinknormale Fokalhochtöner. Der hat sich nur einen zweiten Magneten da hinten drauf kleben lassen, damit die weniger Magnetfeld in die Umgebung emittieren, dass man die sozusagen auch an damalige Röhren Fernseher ein bisschen näher heranstellen kann, ohne dass das Magnetfeld einem da lustige Farben auf dem Monitor zaubert. Aber ansonsten war einfach 100% ganz normal Standard Fokalhochtöner Ende Gelände. So, und ich meine der Scanspeak ist auch, das ist einfach das Ding aus dem Regal und das Dyn Audio sowieso. Und natürlich hat das alles einen schönen Wilson-Aufkleber hinten drauf. Klar, das kann er ja auch jedem erzählen, wem er möchte, aber am Ende des Tages ist das 0815 Katalog-Show, wo aber auch nichts gegenspricht. Das ist ja kein Problem, wenn man das beste Zeug nimmt, was es aus dem Regal gibt. Das Problem an der Geschichte ist, wenn man die Chassis halt nicht selber baut und dann läuft halt so ein Chassis aus, ja, was macht man dann? Jetzt kann man seinen Lautsprecher nicht mehr bauen, jetzt kann man noch ein paar Stück bauen mit den Restlagerbeständen, die man hat, aber also hat Wilson das gemacht, was dann der nächste logische Schritt war, sag mal, der hat den vom ersten zu zweiten Watt Papi hat er den Mitteltöner geändert, danach ist der Mitteltöner gleich geblieben, aber der Fokal Hochtöner, der hat sich ständig geändert, das hat als Kevler angefangen, dann gab es ja dieses matte Titan Zeug, Titan Oxid oder so wie das hieß, mit diesem komischen Plastikbügel da drüber, dann gab es die normale Titan Kalotte, alle paar Jahre, wenn Jack Massibau nicht selber unter Kontrolle hat. So und natürlich haben dann die Händler auch immer wieder erzählt, ja, das hat er jetzt nicht gemacht, weil es den Hochtöner gar nicht mehr gibt und der sonst den Lautsprecher einstellen müsste, nein, nein, das hat er nur gemacht, weil, also der Neue ist jetzt die totale Erleuchtung, also der Alte war schon die Erleuchtung, aber das ist jetzt die Obererleuchtung und der Nächste war dann die Obererleuchtung, naja, gut, okay, muss man auch dran glauben, was sollen sie auch sonst erzählen, ist doch alles schön, ist mir am Ende des Tages egal, weil, ich sag mal, die erste Wilson war eine Zweier, Papi drei Wort zwei, glaube ich, war die erste Bezeichnung und dann war halt Wort Papi drei und dann durchnummeriert, vier, fünf, sechs, sieben, ich glaube, bis acht ist es gegangen und, ich sag es mal so, ob man die erste hatte oder, ich sag mal, die fünfe hatte, die waren in Müh unterschiedlich, klar, weil sich der Hochtöner halt geändert hat, aber die waren alle, von der Art und Weise waren die gleich, die haben auch alle total geil gespielt. in meiner alten Wort Papi, die ein guter Freund von mir gekriegt hat, der hat halt irgendwann mal die Titan-Kalotte da rausgeschraubt und hat halt wieder so eine ganz normale Kevlar aus der ersten Serie da reingeschraubt und spielt besser. Die Titan hat da die Originale mit Wilson-Aufkleber drauf, hat da im Regal liegen, wenn er die mal irgendwann verkaufen sollte, kann er wieder das Original da reinschrauben, aber er betreibt die mit der quasi der mit dem Hochtöner aus der ersten Serie, löst genauso schön auf, spielt noch einen Ticken runder, spielt einen Hauch besser, aber wie gesagt, auch die spielen gut, also dieses Ding, man muss immer die letzte Modelle haben und die sind über die Zeit besser geworden, ist einfach Kokolores. Okay, so, ich lege noch ein letztes Ding oben drauf, dann hören wir mit What&Puppy auf und beschäftigen uns dann mit dem Rest von Wilson, das geht auch tatsächlich schneller. Die What&Puppy, ich habe gerade schon gesagt, der Bass, den die macht, der ist richtig übelst, ja, so übelst geil und der sorgt auch dafür, dass in der ganzen Wohnung jedes Glas im Regal klärt, also definitiv, das Ding setzt schon alles in Bewegung. Aber der macht noch nicht genug Schalldruck, damit auch wirklich die Backsteine aus der Mauer fliegen. Das kann natürlich bei einem amerikanischen Hersteller nicht wirklich sein, also muss da schon ein bisschen was kommen. Klar, also hat er dann dazu nochmal einen richtigen Subwoofer gebaut. so, dieser Apparat hier, da ist, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, da ist ein 18 Zoll, da ist ein 48er drin, da kann aber auch ein 15 Zoller sein, ich will jetzt nicht hundertprozentig, ich meine das wäre ein 18 Zoll, aber ist so ein bisschen, vielleicht vertue ich mich jetzt nur ein 15 Zoller. Das Ding, macht jedenfalls einen Bass. Oh weia, oh weia, aber so richtig, so richtig übelst, habe ich gehört, in München auf der Hyatt, und zwar nicht in einem normalen Raum, nicht in einer Suite, nein, sondern in einem großen, in einem großen Konferenzraum vom Hotel, das ist so ein 100 Quadratmeter Raum, also ist ein richtig großer Raum, richtig groß. Und da hatten sie die Watt-Papi aufgebaut, mit dem Subwoofer, da kamen die ersten Töne raus, eine relativ große Stuhlreihe, also locker 50 Leute da drin, eher mehr, da kommen die ersten Töne raus, und alle gucken sich gegenseitig fragend an, was, wo bitte schön kommt, das denn her, das kann ja gar nicht sein, das kann ja überhaupt nicht sein, und der spielt auch richtig, dann richtig, richtig abartig tief runter, da ist aber nicht der Punkt, sondern der ist dann halt einfach nochmal, der hat dann nochmal die Geschwindigkeit im Bass, die man gerne hätte, der hat den Schalldruck, der hat den Pegel, der hat die Leichtigkeit, und der sorgt einfach dafür, dass die Watt & Puppy nochmal eine ganze Ecke leichter spielen, und die Watt & Puppy hören sich von Haus aus schon so an, als wären da zwei Meter große Lautsprecher, habe ich ja gerade schon gesagt, aber mit dem Subwoofer dabei, das ist dann nochmal, weiß ich auch nicht, das ist schwer zu beschreiben, das ist wirklich so, oh mein Gott, also besser wird es dann einfach auch nicht mehr. Besser wird es einfach nicht, egal in welcher Preislasse, da ist einfach so ein Ende erreicht. Jetzt kann ich nur noch konzeptionell ganz anders bauen, ich kann jetzt ein riesen Hornsystem bauen, okay, das klingt ganz anders, ich kann eine große Zeile bauen, okay, das klingt ganz anders, ich kann großen Depot, okay, das ist was anderes, ja, aber in der Abteilung, ich nehme konventionelle Chassis und stecke die zusammen, da wird es einfach nicht mehr besser, da wird es einfach nicht mehr besser, da ist einfach Ende. So spielt es. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen zum tragischen Teil der Firma. Mit dieser absoluten überschwänglichen Begeisterung, die wirklich jeder für diesen Lautsprecher hat, kommen jetzt weitere Wilson-Modelle. Da kommt eine kleinere, wie so eine Diapolito für Regallautsprecher, aber Regallautsprecher aus Korean, doppelt so groß wie der Top-Teil, kann man halt nicht bewegen, ist monster schwer, ist auch nicht billig, im Regal bricht das Regal direkt ab, richtig Bass macht das nicht, steht auch Monsterpreis dran, richtig erfolgreich ist das nicht. So, dann die großen Trümmer, ja, sehr spektakulär, sehr feist, sehr, sehr aufwendige mechanische Konstruktion, also Gehäuse Konstruktion, die wirken auch wie eine Skulptur, auch wieder exzellente Chassis drin, allererste Sahne, kann man nicht meckern, aber die Haare, und die sind gut, die sind, also die sind wirklich gut, aber die sind nicht mehr What an Papi, die haben nicht diesen Wow-Faktor, die, 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 die hämmern einem nicht aus dem Sitz, sondern die sind, die sind perfekt gemachte Lautsprecher, und das sind die wirklich, und das meine ich auch nicht sarkastisch, oder, das sind perfekt gemachte Lautsprecher, deswegen sind die auch bis heute auf allen Messen und so weiter, deswegen führen Leute mit den Lautsprechern vor, die mit Wilson so gar nichts am Kopf haben, weil das perfekt gemachte Lautsprecher sind, ja, aber die, die, dieses, dieses Erschütternde, wird man einfach vorher bei der Watt & Puppy gehört hat, hatten die nicht mehr, und die, die ganzen Tests weltweit waren dann auch genauso, weil natürlich war auch jeder Tester gespannt, okay, so, wenn er Wilson jetzt mal richtig krachen lässt, ohne Einschränkung, da sind wir jetzt aber mal gespannt, was da kommt, so, und dann kam bei allen die große Enttäuschung, weil jeder erwartet hat, ja, das wird jetzt noch spektakulärer, weil die, die Watt & Puppy ist wahnsinnig spektakulär, auf eine gute Art und Weise, die ist langzeittauglich spektakulär, was ja ganz wenige hinkriegen, und jetzt habe ich ein Ding, das kostet vierfache, fünffache, so, das muss doch jetzt nochmal richtig einen oben drauf setzen, und das tut es nicht, das ist weniger spektakulär, wie gesagt, perfekt in allen Details, absolut, richtig klasse, von vorne bis hinten, aber dieser Aha-Effekt ist weg, und genau so fallen auch die Testberichte auf, wenn ihr Tests lest, die sind alle positiv, da sagt keiner, das ist ein schlechter Lautsprecher, und das wäre auch falsch, weil das ist kein schlechter Lautsprecher, es ist ein wirklich guter Lautsprecher, die ganzen Wilson-Lautsprecher, die sind durch die Bank, die sind klasse, die Sascha, Sascha ist der Nachfolger der Watt & Puppy, Alexa, egal was die da haben, die ganzen Dinger, die sind wirklich, die sind durch die Bank, sind das gute Lautsprecher, tolle Lautsprecher, aber die haben alle nicht mehr dieses erschütternde Watt & Puppy-Konte, die spielen nicht mehr so, also ich finde, ich finde, klanglich, der beste Lautsprecher, den Wilson je gebaut hat, war Watt & Puppy, besser dann nur noch mit Watt & Puppy plus Subwoofer, und alles andere war nicht mehr so gut, war auch immer noch sehr gut, absolut gesehen, ja, niemand, der in Wilson Audio-Lautsprecher hat, muss einen roten Kopf kriegen, dass er da Mist gekauft hat, nein, ist alles okay, ja, aber dieses, boah, Wahnsinn, ich fall vom Stuhl, ist bei den restlichen Lautsprechern nicht mehr der Fall, die sind mechanisch, das ist gerade die aktuellen, das ist mechanisch für so ein Traum, und die kann man wieder auch im Detail verstellen, und so weiter und so fort, und richtig, richtig klasse, das ganze Design, das ist eine Skulptur, wird man sich da hinstellt, wenn man denn in diesen Sphären Geld überhat, aber dieses, was ja ganz vielen so geht, die gehen auf eine Messe, da steht eine Anlage rum, da steht ein irrwitziger Preis dran, diese Anlage kostet eine Million Euro, so, was für ein Lautsprecher ist an dieser Anlage dran, ja, ein Wilson-Audio-Lautsprecher, so eine Million, das hat man zu Hause, vielleicht wird stehen, keine Ahnung, 10.000 kostet, oder 5.000 kostet, und jetzt rechnet man im Kopf hoch, ja, wie muss das jetzt spielen, das muss ja jetzt, keine Ahnung, 500 Mal so gut spielen, oder 200 Mal so gut spielen, wie auch immer, so, und dann setzt man sich davor und sagt, ja, das spielt gut, das spielt wirklich gut, da ist auch jetzt nicht ein, da ist nichts, was ich irgendwie kritisieren kann, was das nicht gut macht, das macht alles gut, wirklich, tut es, ja, aber es holt mich nicht ab, und genau das, es wird extrem viele Leute auf den Messen sagen, es holt mich nicht ab, das ist gut, ja, aber mehr auch nicht, so, und das glaube ich, ich glaube, daran hadert Wilson, ich glaube einfach, dass der Sohn, der Sohn ist nicht der Vater, schlicht und ergreifend, der hat einfach auch dieses Gespür für die Lautsprecher nicht, der baut, was technisch toll ist, was einwandfrei ist, was auch, das ist weitestgehend fehlerfrei, soweit man das eben sagen kann, jeder Lautsprecher macht Fehler, aber das ist weitestgehend fehlerfrei, das ist gut abgestimmt, das ist tonal ordentlich gebalanced, das macht halt alles, wirklich, durch die Bank, ich glaube, dass die so erfolgreich sind, und auch immer noch so erfolgreich sind, ist einfach, dass es keine wirkliche Alternative gibt, die es dann drastisch besser macht, weil, das ist halt so, das ist für mich auch so ein bisschen das Fazit aus diesen ganzen, diesen ganzen ultimativen, super Lautsprechern, ich kann eine Avalon daneben stellen, die Großen sind ja in der gleichen Preisklasse, die sind auch ähnlich aufwendig gemacht, und so weiter, und keiner würde da sagen, ja die Avalon ist irgendwie schlecht, niemand, das ist ein fantastischer Lautsprecher, ganz klar, super, oder halt, ich sag jetzt mal, die alten Thiel, die gibt es ja leider nicht mehr, Thiel hat auch ganz fantastische, Lautsprecher gebaut, definitiv, also auch so ein ganz eigenes, weichen Design, und so weiter, und so fort, und auch wirklich funktioniert, hat auch viel Wert auf Gehäuse gelegt, wie die sein müssen, und so weiter, auch tolle Lautsprecher, und ich sag mal, es gibt eine ganze Reihe Lautsprecher in so einer Machart, wo man sich da vorsetzt und sagt, ja, die sind, das ist technisch einfach, das ist gut, ja, da gibt es auch nicht wirklich was dran zu kritteln, das absolut nicht, das spielt, ich kann auch jeden Maßstab anlegen, das spielt, das spielt gut, ja, aber, spielt es für das Geld gut, da ist schon die Frage, also ist das jetzt wirklich die Steigerung, zunehmend, ich sag jetzt mal, 40.000, 50.000 Euro Lautsprecher, da hat man ja auch nicht mehr ernsthaft irgendwelche technischen Limitierungen, ein 5.000 Euro Lautsprecher oder ein 2.000 Euro Lautsprecher, da kämpft man natürlich mit einer ganzen Reihe technischer Limitierungen, weil das Budget nicht da ist, aber wenn da 40.000, 50.000, 60.000 an einem Lautsprecher als Budget wird, was gibt es denn da noch für eine Limitierung, da kann ich mir ausdenken, was ich will und das baue ich dann fällig, da gibt es keine technische Limitierung mehr, so, und dann setze ich halt so ein Ding für 200.000 um und der müsste dann ja besser werden, aber ja, totet halt nicht, wird nicht besser, wird größer, ja, vielleicht kann er dann im Bassbereich auch nochmal 5 Hertz weiter runter, ich habe es gelesen bei dem neuen Subwoofer von Wilson Audio, kann bis 7 Hertz runter, ist natürlich fantastisch, 7 Hertz ist der Hammer, falls mal irgendwann eine Platte rauskommt, die auch so weit runter geht, hätte man dann schon mal den Lautsprecher dafür, aber das ist ja Schwachsinn, das gibt es ja einfach auf unserem Medium gar nicht, wofür brauche ich das, das brauche ich nicht, oder ein Hochtöner, der bis 50.000 Hertz spielt, das ist auch fantastisch, wenn man mal Ohren 2.0 kriegen kann, da haben wir schon den Lautsprecher dafür, aber das macht ja einfach keinen Sinn, das ist ja einfach nur noch bekloppt, sowas zu bauen, warum, das gibt auch keinen Headroom, wie dann einige Leute erzählen, das ist einfach nur bescheuert, mehr ist das nicht, und ich finde, das ist so das Problem, mit diesem brutalen, ultra, ultra High End, ich finde, das ist nur noch gebaut, um Leute zufriedenzustellen, die alles andere sowieso schon haben, die haben schon die Villa am Comersee, die haben schon das Privatflugzeug, die haben schon den Ferrari, und den Ferrari und den Ferrari und den Bentley, und so weiter, die haben das alles schon, und natürlich können die sich jetzt nicht einen 50.000 Euro Lautsprecher ins Wohnzimmer stellen, weil dann sagen alle, Freunde, was ist denn mit dir los, geht deine Firma pleite, kannst du dir nichts Vernünftiges kaufen, und so, die brauchen halt so ein Apparat, und in dem Zusammenhang, finde ich, macht das auch alles Sinn, aber zum Musik hören, denke ich, weiß ich nicht, weiß nicht, das ist so meine, meine Hass-Liebesbeziehung, so ein bisschen zuwilsen, Rotten Papi, in allen Varianten, Hammer, total gut, wirklich mega, mega, mega Wahnsinn, tolle Sachen, die der da gemacht hat, der hat die, die Branche definitiv inspiriert, der hat den richtigen Weg eingeschlagen, und so weiter, was dann danach gekommen ist, hm, tja, ich finde so, das gibt es ja bei vielen Firmen, dass die so den einen großen Wurf haben, wo alle sagen, lecker funny, bei Spendor ist es die BC1, das ist deren großer Wurf, das ist das Jahrhundertding, bei Musical Fidelity ist es der A1, das ist das Jahrhundertding, bei NAD ist es der 3020, das ist das Jahrhundertding, und ich finde, das ist leider bei Wilson auch so, das Jahrhundertding ist die Rotten Papi, das ist wirklich der Lautsprecher, und alles andere ist dann wirklich nicht schlecht, kann man nicht sagen, absolut nicht, aber das ist halt austauschbar, mit irgendeinem anderen Ding für 200.000, das fällt nicht auf, ja, okay, klingt jetzt ein bisschen anders, klingt aber immer noch genauso gut, hm, ja, warum nicht? Tja, was ich finde ist, also jetzt mal völlig abgesehen davon, wie, wie, wie beklopptet ist, Lautsprecher für, für sechsstellig zu kaufen, ich finde nicht, dass man bei Wilson über den Tisch gezogen wird, auch das möchte ich hier ganz klar sagen, weil, die ganze mechanische Verarbeitung, das ganze Finish, und so weiter und so fort, das ist nicht zusammengeschraubt, wie ein amerikanisches Auto, also mal kein bisschen, das ist schon, richtig solide, das ist richtig aus dem Vollen, das ist richtig mit Liebe zum Detail, der Preis, der da dran steht, das sieht man auch, wenn man vor so einem Lautsprecher steht, und dann ist wirklich egal, ob sozusagen eine kleine, oder die größte, ich sehe, warum er das kostet, weil einfach bei den extrem großen Dinger, jedes Mikrodetail, ist perfekt umgesetzt, ganz klar, mehr Qualität, im Sinne von Verarbeitungsqualität, Materialqualität, mehr geht nicht, Ende der Fahnenstange, mehr geht einfach nicht, das ist schon wirklich, ja, also wer Spaß an so mechanischen Geschichten hat, und so weiter, und an Handwerkskunst, ich finde, die Amerikaner sind für mich so das letzte Volk, weil die so mit Handwerkskunst irgendwie in Zusammenhang bringe, also für Handwerkskunst ist, in Amerika ist für mich immer Stück Blech und Hammer, und dann gib ihm, oder, oder Gaffer Tape, und, 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 so, ne, das ist für mich amerikanische Handwerkskunst, und da ist, Wilson setzt sich da ganz, ganz krass von ab, das könnte genauso gut in der Schweiz gefertigt sein, wirklich, so, so ist das in jedem, in jedem Detail auch, da kann ich mir ein Bassreflexrohr angucken, da kann ich, wirklich jedes Detail, was ich mir an dem Ding angucke, ist perfekt, absolut, von daher finde ich, ne, klar, da muss dann einfach auch so ein Preis dran stehen, das ist, ist vollkommen logisch, dass man das nicht jetzt für, für ein paar Euro 50 bauen kann, das erschließt sich einem sofort, ja, ne, so viel, ne, eine Stunde, das soll jetzt auch wirklich reichen, so viel zu meiner Liebesbeziehung mit Wilson Audio, ne, ich, ich, vielleicht kommen die ja wieder auf, auf den Weg, vielleicht, ähm, macht das beim Junior auch irgendwann Klick, und, und der legt wieder so ein Ding, auf wie, wie die Watton Papi, wer weiß es, ne, keine Ahnung, ist ja immer möglich, und ich gebe da die Hoffnung auch nicht auf, aber, ich sehe es nicht, weil es, weil es halt einfach, der bewegt sich in Richtung Neutralität, was immer das heißen mag, und Perfektion, der bewegt sich nicht in der Richtung von, ich will wieder einen emotionalen Lautsprecher bauen, und ich will ein Ding bauen, was die Leute einfach mitreißt, und da lassen wir auch Fünfe gerade sein, wenn das irgendwo technisch nicht so gedängelt ist, juckt mir nicht, das muss die Leute abholen. ne, das ist eher, ich habe das Gefühl, die verheddern sich in der Nische von, wir sind so sehr Weltstandard, in diesem Ultra-Hein-Bereich, wir dürfen uns keine Blöße geben, sobald technisch da irgendwas nicht schön ist, würde man uns da sofort ankreiden und sagen, ja, aber du kannst da keinen Lautsprecher für 100.000 bauen, und dann hat der hier irgendwie so ein, ein Frequenz-Dip, das kann doch nicht sein. Ja, und man ist da so sehr in dieser technischen, Achtung, ich darf nichts falsch machen, Ecke gefangen, dass das eigentlich, die emotionale, spektakuläre, was sein Vater konnte, kommt da nicht auf. Ich sage mal, wie gesagt, diese ursprüngliche Wilson, von der ich am Anfang gesprochen habe, das ist kein perfekter Lautsprecher, in keinster Art und Weise, und ich weiß auch nicht, ob ich damit lange Musik hören möchte, aber dass das spektakulär ist, das ist mal klar, das ist mal richtig klar, dass das spektakulär ist. Und ich finde, das muss auch irgendwie, so ein Teil des Geschäfts sein. Fertig, sonst mache ich jetzt hier, sonst labere ich noch eine Stunde weiter. So gut ist Wilson Audio. Bleibt mir gewogen, und natürlich, Glück auf!